In der Fastenpraxis der katholischen Kirche unterscheiden wir zwei Begriffe, und zwar Fasten und Abstinenz. An einem Fasttag ist nur eine sättigende Mahlzeit erlaubt und zwei kleine Stärkungen, die vom Umfang maximal die Hälfte einer entsprechenden Mahlzeit ausmachen. Also zum Beispiel normales Mittagessen und zum Frühstück und Abendbrot, höchstens zum Beispiel eine Scheibe, wenn man normalerweise zwei Scheiben essen würde. Das Wort Abstinenz bezieht sich dagegen nicht auf die Menge, sondern auf den Inhalt. Sprich, man verzichtet auf Fleisch, und zwar als Fleisch in diesem Sinne gelten alle warmblütige Tiere, Säugetiere und Vögel, während Fische, Kraben und so weiter gegessen werden können. Heutzutage gilt Abstinenz an allen Freitagen des Jahres und in Kombination mit Fasten am Aschermittwoch und Karfreitag. Die traditionellen Fastenvorschriften dagegen, die bis zum Jahr 1983 galten, als das neueste Codex Juris Canonici in Kraft trat, kennen auch Fasten alleine. Und zwar an allen Tagen der Fastenzeit, also von Aschermittwoch bis zum Nachmittag des Kar-Samstags, Außer Sonntagen wird gefastet, das heißt nur eine sättigende Mahlzeit, wie vorher gesagt, die darf allerdings Fleisch beinhalten, außer an Freitagen, Samstagen, Aschermittwoch und Quartenbeermittwoch. An diesen Tagen gilt Fasten und Abstinenz. Fastenvorschriften Fastenvorschriften